Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Was ist das? 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 Weg von den Schienen! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Zerstören wir die Panzerung, dann ist der Schutz los! Was ist das? 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 Das Analysemodul hat einblattfrei funktioniert! Es kann höchstens sein, dass unser Versuchsobjekt stärker war als angenommen! Was ist das? 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 Premierdirektor! Ja! Ja! Kein Grund zur Besorgnis? Gewiss nicht! Die Ergebnisse werden uns sogar sehr nützen. Ja, selbstverständlicher Direktor! Wir wissen, wohin diese Ratten wollen. Wenn es nicht an eurem Unvermögen lag, dann liefert mir den Grund für diese Störfrequenzen. Denn wenn ihr das nicht schafft, schicke ich euch als Versuchsobjekte selbst an die Front. Sir. Jetzt guckt doch nicht so. Ich bin doch im Grunde genommen ganz freundlich zu Leuten, die mir nützen. Hier müssen wir durch. Ich fürchte, das wird nicht leicht. Für uns alles kein Problem. Da ist der Pfeiler von Reaktor 5. Also, wo lang? Plan E über F, G und dann H. Noch mehr Ausweichpläne? Nein, wir sind in Abschnitt F. Also über G, weiter zu Abschnitt H. Mit dem Aufzug von Abschnitt H kommen wir bis kurz vor den Reaktor. Dort müsste Bigs schon auf uns warten. In den Slums geht der Tag langsam zu Ende. Kommt! Kommt! Geht wir! Heizen wir. Heizen wir schon richtig ein. Hm. Junge, Junge, Junge! Bei dem Dröhnen wird man ja taub! Angst gekriegt? Ich doch nicht! Passt gut auf, dass ihr beiden dünnen Hühnchen nicht weggepustet werdet! Oh! Barrett! Guck nach vorn und lauf! Äh, ja! Mir nach, Leute! Wow! Ganz schön zugig hier, was? Bisschen zu zugig, finde ich. Schön vorsichtig, okay? Ja! Was ist denn das? Da am Lüftungsschacht. Was ist denn das? Was ist denn das? Da am Lüftungsschacht. Puh. Irgendwie haben wir es heil auf die andere Seite geschafft. Ah. Der Stress hat mich glatt ein paar Jahre Lebenszeit gekostet. Äh. Obwohl. Höchstens ein paar Sekunden. Das muss er sein. Dieser Hauptlift, von dem Bix gesprochen hat. Er müsste dort irgendwo warten. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Schon wieder? Dafür braucht es wohl drei der Strahler. Drei? Mit anderen Worten, alle Sonnen hier. Anders geht es wohl nicht. Wenn wir uns verlaufen, kommen wir hierher zurück. Das H1 ist gut sichtbar. Gut. Mal sehen, welcher Strahler von hier aus am nächsten ist. Der da. So. Alle drei Strahler sind aus. Ob sich der Hauptlift jetzt in Bewegung setzen lässt? Müsste. Gut. Also zurück zum Abschnitt H1. Stromversorgung wiederhergestellt. Lift-Elektronik wird aktiviert. Neustart abgeschlossen. Lift betriebsbereit. Auf nimmer Wiedersehen, du scheiß Metall-Labyrinth. Gnade! Ähm, Cloud? Wo sind Jesse und Wedge? Erzähl. Angeblich sind ein paar Kriminelle vom Zug gesprungen. Haben Schindra auf Trab gehalten. Hier ging es dafür um so ruhiger zu. So konnte ich in Ruhe den Weg zum Reaktor auftun. Hey, 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 Pigs! Ich wusste, ob ich es verlassen! Und wo sind die anderen? Oh, Pigs. Also Jesse wurde verletzt. Oh nein. Klappert munter wie immer. Alles gut. Danke fürs Einspringen. Nun, ciao. War jedenfalls eine gute Idee, den Zug nach Sektor 4 zu nehmen. Der Großteil des Wachpersonals ist jetzt dort. Und ihr könnt euch in Ruhe um Reaktor 5 kümmern. Bisschen schwer zu erklären, aber hier hinter liegt das gute Stück schon. Einen engeren Gang hast du wohl nicht gefunden, was? Auch noch Sonderwünsche. Und hier sind die Seilwinden, wie besprochen. Na? Du hast wirklich ganze Arbeit gelastet, mein Junge. Wir sehen uns später, okay? Logo. Gut. Dann legt mal eure Seilwinden an. Macht sie ordentlich fest, damit ihr sie nicht verliert. Am Ende unserer Mission seilen wir uns mit denen nach unten ab. Wir schaffen das. Natürlich. Also. Noch ein bisschen. Weiter nach links. Und zwar zack zack. Wir brauchen mehr Licht. Herr Direktor, dürfte ich an die Krawatte? Bereilt euch, ihr Trottel! Bereilt euch, ihr Trottel! Gleicher Aufbau wie im letzten Reaktor? Ja. Sind fast am Reaktorkern. Dann los. Ja. 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 Vielen Dank.